Ich bin ganz bei mir und heute hier, doch morgen weiß ich schon nicht mehr wohin. Ein kleines Licht leuchtet aber nicht, es reicht nur, um nicht in Dunkelheit zu stehen. Was haben wir gedacht, wohin uns das führt? Hast du geglaubt, dass mich das nicht berührt? Ich will heute noch mit dir explodieren. Weder gestern noch morgen diskutieren, übermorgen alles nochmal spüren. Ich will das Ganze, das Ganze noch heute noch mit dir explodieren. Weder gestern noch morgen diskutieren, diese Sache endlich mal kapieren. Ich will das Ganze, das Ganze noch heute.